So Freunde, wo steht das Klavier? Also ich bin bereit. Wie, was soll das heißen? Zu viel Energydrinks sind ungesund. Ja, stimmt leider. Das ist so bitter wie es ist. Dinge, die besonders gut schmecken, da ist irgendwo ein Haken. Ja, was ist da los? Ab und zu mal eine Dose Muntermacher ist jetzt nicht das Allerschlimmste. Aber ich sage mal so, wer täglich einen Literext, der könnte dann schon langsam ein kleines Problem haben oder auch ein großes. Dabei kann ich verstehen, warum man total Bock auf das Zeug hat. Die Dinger geben dem Körper einfach einen krassen Kick. Das Koffein sorgt ungefähr eine halbe Stunde, nachdem man es getrunken hat, dafür, dass der Blutdruck und die Herzfrequenz steigen. Die Nervenzellen im Gehirn werden angeregt. Du fühlst dich total wach und konzentriert. Jeder Gamer da draußen nickt jetzt. Ja, stimmt doch. Außerdem ist reichlich Zucker drin. Der überdeckt nicht nur den bitteren Geschmack vom Koffein, sondern liefert auch noch Energie, sodass du auf dem Konzert mal so richtig, oh yeah, oh yeah, oh yeah, abzappeln kannst. Du verträgst auch mehr Alkohol. Ich sage nur Wodka-Dingens. Amerikanische Forscher fangen sogar heraus, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, dass der Mix aus Energydrink und Alkohol im Gehirn ganz ähnlich wirkt wie Kokain. Ups. So, jetzt habe ich dir vielleicht schon richtig Lust auf so einen Drink gemacht. Dann wird es Zeit für den zweiten Teil meines Referates. Es gibt nämlich auch die dunkle Seite der Macht. Experten werden nicht müde zu warnen, dass die Zuckerbomben das Herz gefährden können. Ja, tatsächlich das Herz. Das hat es nicht ganz so leicht. In den USA bringt man sogar Todesfälle in Verbindung mit Energydrinks. Tja, aber bleiben wir mal auf dem Teppich. Wahr ist, die WHO empfiehlt Erwachsenen pro Tag nicht mehr als 400 Milligramm Koffein zu sich zu nehmen. Also etwa 4 Tassen Kaffee. Beim Jugendlichen ist man natürlich ein bisschen strenger. Bei denen soll es nicht mehr als 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht sein. Ein schlanker Teenie, sagen wir mal 50 Kilogramm, soll demnach nicht mehr als 3 mal 50, 150 Milligramm Koffein pro Tag haben. So viel steckt in der ganzen Dose einer bestimmten Marke, wie soll ich sagen, die so ein bisschen erinnert wie an einen Horrorfilm. Vielleicht wisst ihr, welche ich meine. So, wenn Mutis Goldjunge es sich also mit einer Palette Dosenwach vor dem neuesten Eco-Shooter gemütlich gemacht hat, dann geht die Rechnung nicht auf. Das passt dann irgendwie nicht. Genauso wenig, wenn ich mir im Club den achten Wodka-Wachmacher reinziehe. Das funktioniert auch nicht. Wer über längere Zeit konsequent zu viel von diesem Zeug trinkt, der kann sich auf ein paar echt unangenehme Nebenwirkungen gefasst machen. Zum Beispiel sowas wie Übelkeit, Erdächtung, Mediöhnliche Übelkeit, Muskelzittern, Kurzatmigkeit, Schlafstörungen, Angstzustände, Nervosität und Herzklopfen. Also nicht Herzklopfen im Sinne von, ich bin verliebt, sondern wirklich dumm, dumm, dumm. Und wer Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen hat oder Medikamente wie Ritalin nimmt, bei dem geht das mit den Nebenwirkungen besonders schnell. Nicht zu verachten ist übrigens auch der Zuckergehalt in Energydrinks. Manche enthalten so knapp 30, manche sogar 50 Gramm Zucker. Das ist so viel, wie man laut WHO an einem ganzen Tag allerhöchstens zu sich nehmen soll. Anders gesagt, eine Dose Energydrink und danach gibst du noch Salatblätter. Ja, das ist auch blöd, oder? So, du merkst es wahrscheinlich selber, ab und zu mein Energydrink oder auch zwei oder vier ist in Grenzen in Ordnung. Selbst das Bundesinstitut für Risikobewertung, und das ist echt pingelig, sagt, moderate Energydrink-Mengen führen bei jungen, gesunden Erwachsenen nicht zu unerwünschten Wirkungen. Also, weiße Bescheid, geht also. Wenn du aber das Gefühl hast, da stimmt was nicht, Herz stolpert schon ein bisschen oder so, dann Finger weg und mal mit dem Doc oder mit der Ärztin des Vertrauens sprechen und überlegen, ob da wirklich alles so in Ordnung ist. So, ich denke mir jetzt, ich game noch die Nacht durch. Mach ich natürlich nicht, ich bin vernünftig. Stimmt. Ein Schluck muss reichen, das ist wie mit der Naschdose. Immer nur ein Süßigkeit-Ding zur Zeit. Schö Wind weinst. Spannende K Kr Damas Spannende K 21 Spannende K 1 Spannende K 0 Vielen Dank.